Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Evil Within mit mir den Simon. The Evil Within 2 mit mir den Simon. Ey, ich vergesse es jedes Mal. Also die ersten Folgen ging's, da war es auch so richtig klar, aber jetzt wo man so ein bisschen die Routine reinführen lässt, dann kommt das wieder hoch, dass ich immer noch glaube, The Evil Within 1 zu spielen. Aber wir sind ja schon beim zweiten Teil. Die letzte Folge haben wir sehr langsam angehen lassen. Ich hoffe, das ist cool für euch, weil ich hier alles erkunden möchte und dieses Open World ein bisschen genießen möchte und vorsichtig rangehe, weil ich halt One-Shot bin von allen. Diese Frau lebt da. Klar lebt die. Was mach ich denn jetzt gegen die? Ich meine, ich könnte mich anschleichen, aber von der Seite kann ich niemanden killen. Das ist ein richtiger Skill, glaube ich, von der Seite jemanden zu killen. Nicht klettern. Untersuchen. Nun, also, wir haben, ich find's interessant, wie das Spiel, in was für eine Richtung das geht. Ich meine, dieses Schleichen hier durch diese Open World Stadt ist halt was komplett anderes. Und es gibt so die Sniper, die man da umgefunden hat und so, das ist halt mega cool. Aber ist eigentlich gar nicht so richtig, wie die Evil Within, ne? Passt nicht so richtig dazu. Kann ich die killen von der Seite so? Die lebt so hart, ne? Oder? Die bewegt sich nicht. Hm. Okay, gucken wir uns den Leichenberg an. Handachs. Und wer ist das? Kennen wir die? Achso. Die stapeln die Leichen. Aber warum? Okay. Alter, guck ich euch diesen Leichenberg an. Haben wir unappetitlich. Also, die lebt doch. Ich will eigentlich nicht... Alter. Okay, ich glaub, die hat gelebt. Da, ich krieg XP für die. Ich hatte ne Axt, deshalb ist die Ängste geplatzt. Das hat mich grad auch ein bisschen selber erschrocken. Die hat safe gelebt. Die hat sowas von gelebt. Natürlich hat die gelebt, sonst hätte ich kein XP bekommen. Oh, meine Güte, ey. Aber warum geht's hier? Achso, hier kann man auch lang, ne? Hier komm ich auch weiter. Okay, aber wir wollen auf jeden Fall erstmal in die Kirche, ne? Genau, das ist der Plan. Wir gehen jetzt erstmal endlich in die Kirche. So lange angekündigt, jetzt machen wir es endlich. So, let's go, Alter. Oh. Vergib mir meine Sünden. Wer ist denn das jetzt? Okay. Passt du? Are you okay? Hä, aber der sieht irgendwie nicht krank aus, oder? Oh, lol. Was? Der verwandelt sich. Oh, sie... Oh. Was? Wie schnell geht das jetzt? Da kommt irgendwas aus ihm heraus. Seine Seele? Ist das seine Seele, die da aus ihm herauskam? Na klar steht er jetzt auf. Die Frage ist nur, ob ich gegen ihn kämpfen muss. Oh, fuck, man. Er zählt schon. Sebastian weiß das doch auch, dass das hier absoluter Quatsch ist. Dass der aufstehen wird. Aber warum? Einfach so, ohne dass der irgendwie infiziert wurde? Oh. Muss ich jetzt spielen? Oh mein Gott, ich muss jetzt spielen. Scheiß drauf, ja. Ist doch wirklich so. Alter. Die machen so viel Damage, ne? Das ist so krass. Das ist so krass. Okay. Er ist tot. Spritze? Ne, wie mache ich das nochmal? Okay, der andere hat mich sogar tatsächlich verloren. Alter, wie unfair. Drei Gegner auf einmal. Okay, der andere hat mich tatsächlich einfach verloren. Ey, ich habe einfach nur geballert. Ey, scheiß auf Headshots. Ich habe auch mega viel Munition verloren. Okay, an den schleiche ich mich ran. Wie schnell die einen aus dem Auge verlieren. Da hinten liegt der Pastor. Geht er wieder zurück in die Kirche? Oh. Tatsache. Okay. Dann loote ich erstmal den Pastor, wa? Dieser verdammte Pastor, Alter. Es ist noch viel schlimmer gekommen, als ich gedacht habe. Der kommt aber jetzt nicht wieder raus, oder? Der hört sich an, als wäre der ganz nah bei der Tür. Ich glaube nicht, dass ich durch die Tür reingehen kann. Ich bin vorbereitet. Man kann auch echt nicht lange sprinten. Da ist er. Die Tür geht natürlich wieder zu. Aber man, ey, das ist doch ein Scherz. Okay, probieren wir es nochmal. Ja, geh da hin. Nicht zu mir gucken. Nicht zu mir gucken. Ich bin versteckt. Ich bin versteckt. Ach komm! Ich war versteckt, Mann. Äh, was macht der? Äh, was macht der? Ist er tot? Ja. Der mich angeschrien hat, Alter. Kommen jetzt andere? Nee, oder? Ich dachte schon, der hat jetzt irgendwie... Okay. Oh Mann, jetzt habe ich wieder Munition verbraucht. Aber er ist da schon hingegangen. Aber er hat nochmal zu mir geguckt. Das war ärgerlich. Okay, jetzt sind wir in der Kirche gekommen. Das muss sich aber gelohnt haben, oder? Das waren... Äh, drei von diesen Viechern. Von diesen Zombies. Da muss hier doch auch mal ordentlich Blut bei rumkommen, oder? Oder wenigstens eine schicke Bibel oder sowas. Was ist das für ein Opferding da? Das ist aber nicht der christliche Glauben, Leute zu opfern. Alter. Was haben wir da? Erstmal... Kraut. Pater hat sich definitiv gewehrt. Achso, das hat er gemacht. Oh, hey. Okay, das war eigentlich schon worth. Und Schlüssel ist ganz nice, tatsächlich. 32 Schlüssel insgesamt im ganzen Game, oder? Wie muss ich diese Zahl verstehen? Hier können wir noch ein bisschen Klavier spielen. Mehr war hier aber nicht drin, dann, ne? Tatsächlich. Was ist denn das für ein Zeichen? Das ist aber kein normales Kreuz. Das ist das hier... Das scheint mir keine richtig christliche Kirche zu sein. Welche war es? Nee, oder? Nee. Alles cool. Ich hab grad schon gedacht, hier hätte sich jetzt was verändert. Dadurch, dass ich da gekillt habe. Okay, wie wär's, wenn wir... ...noch einmal kurz ein bisschen zurückgehen. Einfach nur, um... ...ein wenig, ähm... ...durchzuschnaufen, mal zu speichern. Und ein bisschen craften. Ich brauch nämlich wieder Muni. Nils Unterschlupf. Oh, Nils Unterschlupf. So, ich will gar nicht tatsächlich leveln. Hey! Stell dich nicht daran... Kann ich Kaffee trinken? Ja, kann ich. Einfach ein bisschen heilen. Find's auch geil, dass er mich gar nicht begrüßt oder sowas. Ähm, okay. Also, wir müssen uns auf jeden Fall Lebenssachen craften und Munition. Hier sollte ja eine Werkbank sein, oder? Die ist nicht in der Base. Also, nicht ganz zu Hause. Die ist ja halt da, ist er ja auch. Okay, ähm... Herstellung. Präzisionsgewehr. Da brauch ich noch ein so ein Ding. Okay. Spritzen kann ich machen. Drei Stück. Oder, wie viel kostet das? Ich habe zehn von den Dingern. Dann mach ich mir zwei. Dann kann ich einen noch aufheben. Pistolenmunition. Kann ich mir ordentlich was machen. Wie viel hab ich jetzt? Neun von zwanzig. Soll ich mit mir ein bisschen ballern können. Oh, nachladen kann ich aber hier. Okay. Äh, und speichern. Genau, speichern war das Wichtige. Einfach, weil ich den ganzen Spaß nicht nochmal machen will. Zack. Okay, alles klar. Dann können wir jetzt uns auf die nächste Quest begeben quasi. Die Sniper will ich unbedingt haben, Alter. Ich glaube, wir gehen aber hinten rum. Und zwar bei der Kirche. Okay. Hier hat sich nichts verändert, oder? Ne, alles beim Malten. Ähm, da ist was. Untersucho die Mobius Resonanz. Das ist eine Nebenmission. Ich denke, wir gehen erst dahin. Zu den Präzisionsdingern. Ich meine, da hinten. Da sind ja arschvieler Zombies, Alter. Da kann ich nicht hingehen, Mann. Da komme ich nicht hin. Ich glaube, ich will erst... Guck mal, da ist noch eine Pflanze. Die hole ich mir noch kurz. Ähm, ich will erst das Präzisionsding. Dann snipe ich die alle kaputt. Dann mache ich die Nebenmission. Und dann gehe ich zur Hauptmission. Das ist mein Plan. Und das alles noch in der Folge. Ne, das wahrscheinlich nicht mehr. Müssen wir auch ein bisschen realistisch bleiben. Ähm, aber begeben wir uns schon mal... ...zu dem anderen Ding. Da ist das. Da ist die Nebenmission. Okay, alles klar. Wir wollen erst mal zum Sniper-Teil. Also wir müssen hier noch geradeaus. Da ist ein Unterschlupf, den hören wir uns erst mal. Und danach gucken wir mal. Und wir schauen mal, was uns auf dem Weg dahin erwartet. Bestimmt viele Zombies und gruselige Sachen. Was ist das jetzt schon wieder? Schon wieder was Neues. Tote Mobius, operative Positionen. Pistolenmunition. Ah, wie weit? 13. Oh, das ist hier direkt... ...da vorne. Okay, was haben wir hier? Das sieht ganz komisch aus. Irgendwelche Vorgehten oder sowas. Da hätten wir da auch noch einen Garten, ne? Bei dem einen Ding hier, ne? War das hier? Ne, oder? War nicht hier? Da hinten auch noch so ein Gartending. Ja, eins nach dem anderen. Wir gönnen uns erst mal die Munition von den Polizisten. Das kommt mir auch hier ganz unheimlich vor. Als wenn die da einfach liegt, ohne... ...dass da wer ist. Und die bewacht. Okay, hier ist eine Tür. Oh Gott, da passiert doch irgendwas. Oder auch nicht. So eine Animation, einfach so. Okay, wir haben hier ein Haus. Neues Tutorial. Doppelt drücken, auftreten. Was? Was für ein Tutorial habe ich bekommen? Ne, ich mach die. Ich öffne die einfach ganz chillig. Hallo, wer da? 322 CDR. Okay, das ist einfach eine Privatwohnung hier scheinbar. mit einem Flach... Warum ist da so ein Fernseher drin? Zu welchen... Ja, spielt das Spiel? Rauchpulver. Okay. Scheint aber gerade niemand zu sein, ne? Das ist eine kleine Küche. Oh, ich hab zu viele Flaschen. Ich bin ein richtiger Flaschensammler. Hier ist ein Badezimmer. Im Spiegel, der aber nicht wirklich sauber ist. Hey! Nice. So, jetzt darf ich keine... Nicht noch mehr davon finden, weil sonst kann ich die... nicht benutzen. Liegt da noch was? Ne, das sind nur Zeitschriften. Okay, ganz vorsichtig öffnen. Da ist jemand Totes. Der wird aber nicht aufstehen. Der sieht nicht aus wie einer, der aufstehen würde. Man, das ist mega spannend. Hier könnte überall was sein, ey. Das ist aber nix zum Beispiel. Okay, das Schlafzimmer ist zu. Komme ich auch nicht rein scheinbar. Hier geht es wahrscheinlich nach draußen, ja. Und hier geht es noch zum weiteren Raum. Der sieht interessant aus. Gucken, was wir da finden werden. Da ist so ein Flutscheinwerfer. Okay. Ein paar Items. Und mit ein paar meine ich ein Item. Waffenteile sind wichtig. Okay, aber hier sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen, oder nicht? Nee, sind wir nicht. Ist hier kein Gegner drin gewesen? Oh. Hier ist Proviant? Alter. Oh, was ist denn das? Da geht es nach unten? Oh nein. Oh nein, das Geräusch. Okay, alles klar. Gehen wir mal nach unten? Was? Warum geht es denn nach unten? Was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Was? Das ist ein Computer. Aber mehr ist hier gar nicht. Okay, das ist ein Server. Ist hier die Matrix drauf gespeichert? Ich habe schon lange nicht mehr mit Kidman telefoniert. Server von Mobius. Halten zu das Mark. Arsenal. Oh, 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 what? Lädt. Drei Prozent. Was haben wir denn jetzt gemacht? Was? Ey, da ist ein modernerer Computer. Was ist das für ein Ding? Eine Säule. Okay. Checken wir mal den Computer aus. Das Mark-Waffen-Arsenal. Cedar Ave. Exit. Zu. Ach, das ist schnell. Wow, wir sind woanders. Wir haben uns teleportiert. Wo sind wir? Unterschlupf. Was? Wo sind wir denn jetzt? Ich sehe mich auf der Karte nicht. Aber hier ist auf jeden Fall Pistolen-Munition. Das ist schon mal nice. Und Stuff. Waffenteile. Was sollte das? Wir können uns auch wieder zurück teleportieren, aber ich gucke mich natürlich erstmal hier um, was hier so abgeht, ne? Warum auch nicht? Boah, das wäre geil, wenn hier so eine AK einfach wäre oder sowas. Einfach so ein Stummgewehr. Das sieht aus wie ein Bunker, ehrlich gesagt. Okay. Also, Monster höre ich noch nicht. Das ist schon mal gut. Aber das ist auf jeden Fall im Untergrund. Sektion D. Use stairs in case of fire. Do not use elevators. Mobius underground facility. Floor direkt. You are here. Da sind wir, ja. Alter, was ist das für ein riesiges Komplex- Komplex-Ding? Das ist aber noch nicht alles offen, oder? Wir sind hier einfach... Alter, ich bin einfach nur in so ein Haus gegangen. Jetzt bin ich hier. Oh mein Gott. Kann ich das schon komplett erkunden, die Scheiße hier? Ich wollte doch erst... die Waffenteile und die Sniper. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Vieh? Das hat eine Waffe in der Hand. Ui, ui, ui. Das sieht so krass aus, ne? Dieses Untergrunds-Ding hier. Guck dir das Vieh an, ey. Alter, die Geräusche. Oh. Alter. Das... Ist ja komplett am Abspacken, das Ding. Nein, das will ich nicht machen. Oh. Was war das? Wo, wo... Wo ist es? Da. Da kam da auch das Geräusch her, oder? Okay, jetzt guckt es sich um. Ganz wild. Alter, dieses Klicken macht mich ein bisschen verrückt. Aber du weißt nicht, wo ich bin, oder? Alter, ich könnte tausend Jahre dieses Vieh einfach nur zugucken, wie es da abgeht. Gehen wir erst mal aus unserer Deckung raus, okay? Oh Gott, das Geräusch. Oh Gott, das Geräusch. Nein! Oh, was? Alter, ich... Da war ganz kurz der Knopf. Oh, nee, Mann. Alter, das Vieh. Wow, das ist nicht durch zwei Schüsse gestorben, das Vieh. Alter, ich hab den zwei Headshots gegeben. Oh, Mann, ey. Ich war schon hinter dem, ne? Haaaah. Warte, wo... Hier... Ach, hier hat er gespeichert, okay. Fuck, Alter. Was für ein Megamonster. Oh Gott, das wollte ich gar nicht. Oh, Mann, ey. Okay, da ist das Vieh schon wieder. Alter, so unfair, ne? So unfair. Oh, wie das da auch langläuft, ey. Aber das war gerade auch tausend Jahre, da einfach nur so am Rumstehen, ne? Oh Gott. Alter, der ist an. Sieht doch nicht normal aus. Oh, ich kann mich hier auch hinchillen. Alter, die ist viel, ey. So, geh erstmal da hin, okay? Okay, ich hab's. Was? Lol, das ist gar nicht One-Shot. Alles klar. Okay, kann das sein, dass das Vieh unbesiegbar ist oder so eine Scheiße? Nachladen. Nachladen. Alter, warum ist hier nix? Okay, lauf. Spritze? Erstmal Spritze. Ich glaub, das Vieh ist unbesiegbar oder so eine Scheiße. Okay, ist tot. Alter! Das Vieh ist ja monsterbrutal. Wieviel krieg ich dafür? Tausend, zweihundert. Oh mein Gott, wie es auch aussieht, ne? Okay, like. Also, das Vieh nicht mal One-Shot durch die Angriffe, die ich den zugefügt habe. Das ist ja wohl mal mega unfair. Ich baller den in den Kopf und... Äh, ich... Ein Messer in den Kopf reicht einfach nicht. Scheiße, Alter. Ich hab mega viele Munitionen jetzt, für das Vieh gebraucht. Jetzt muss ich worth sein. Hier war irgendwie so ein Geräusch, ne? Deshalb ist es in die Richtung gegangen. Ich glaube, das war echt ne Falle einfach. Oh, hey. Okay. Ah. Mega, das unangenehme Vieh. Ey, wie das auch erst ganz langsam läuft und dann richtig auf einen zurennt. Sehr unangenehm. Okay. Das Licht hängt da so. Hm, okay. Hier ist auch alles dunkel. Was haben wir denn da? Metallrohr. Ein Stück eines Metallrohrs mit Rost. Kommt von... Also, zum Craften. Ich hab da gerade... Alter, wo bin ich hier nur gelandet? Ich war gerade noch ganz woanders. Ich meine, immerhin sammle ich hier viele Sachen, aber... Fuck, Mann. Erstmal alle Kisten kaputt machen. Einfach komplette Wut. Ähm, oh, da liegt noch was. Aber das ist nix. Also mit Schießen ist wirklich einfach... ...allerletzte... ...Notwehr. Aber scheiße, ey. Die Viecher halten ja so viel aus teilweise. Oh. Oh, da rastet schon wieder einer komplett aus, ey. Okay, wie wär's, wenn wir denen als erstes finishen jetzt? Ganz schnell. Wenn die so rumfetzen, dann brauchen die normalerweise immer ein bisschen. So, zack. Zack. Boah, der ist auch so ein fetter, ne? Okay, das war aber ein normaler Typ, der ihn da gekillt hat. Das ist so ein... ...so ein Mobius-Mitarbeiter, ne? Ganz komisch. Okay. Also, ähm... Der lebt. Der lebt. Wie mach ich den am besten kaputt? Headshot, oder? Stirb. Okay, scheinbar nicht. So, das war ein Headshot. Komm, da... Okay. Ey, das ist so offensichtlich, wenn die noch leben, ne? Ah, man muss so vorsichtig sein. Da, Mobius. Die versperren auch manchmal einfach Türen. Einfach, weil sie Bock haben. Okay, also, äh... Gehen wir weiter, würde ich sagen. Vorsichtig. Nicht rennen und ne Tür aufmachen. Ansonsten ballert der die einfach auf. Das wollen wir nicht. Ah, wir sind auf der anderen Seite. Hey. Okay, aber... Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Wir sind in irgendeinem Haus. Und da war so ein Keller. Da sind wir rein. Und da war so ein Computer. Und da sind wir teleportiert worden. Defekte Verteilerkasten. Defekte Verteilerkasten können kurzzeitig oder... ...wieder zum Laufen gebracht werden, ...in dem du einen Schockbolzen mit den... ...Hüterarmbrust darauf abfeuerst. Okay, habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht. Und was haben wir hier? Ist das... Drehe LR, um die Höhe und Breite der grünen Welle... ...also anzupassen, dass sie der rote entspricht. Was? Okay, einfach gleichmäßig. Äh? Ich drehe die Dinger. Drehe um die Höhe... ...und Breite der grünen Welle... Achso. Ah, ich habe zu viel... Okay. Ich kann... So kann ich Frequenz. Ah, ich verstehe. Okay, ganz weit oder ganz viel? Okay, ich muss einfach die Höhe... ...das ist zu viel? Alter, das ist ja ganz komisch. Aber ich muss... ...weiter werden. Ja, so. Okay. Das ist ja mega komisch. Ich hoffe nicht, dass ich das irgendwann mal machen muss, wenn ich unter Zeitdruck bin. Das ist ja... ...ganz seltsam. Da ist wer. Oh, hier ist Loot. Okay, da ist niemand. Okay, hey. Oh, ich nehme mir mal deine Waffe, ne? Danke. Sehr nett von dir. Gott sei Dank finde ich hier genug... ...Pistolen-Medition. Ich habe schon so viel verschossen, Alter. Wenn ich das... ...Craft noch nicht gemacht hätte, wäre ich komplett am Arsch. Okay, also... ...hier haben wir Loot. Okay, geil. Richtiges Case-Opening jetzt, was wir hier machen. Online. Oh, ho, ho. Nice. Die sieht noch sehr intakt aus. I'll take it. Okay, lass uns die direkt auf links machen. Haben wir dafür auch einen Buni? Drei Schuss. Okay, das ist geil, Alter. Das mache ich, wenn die im Nahkampf kommen. Wenn ich entdeckt werde. Weil aufs Fernkampf kann ich die einfach versuchen zu schnetzeln. Oder ich habe ja sogar die Sniper fast. Fast. Okay, das war doch schon mal geil. Jetzt haben wir eine Shotgun. Damit sind wir auf jeden Fall besser im Kampf ausgerüstet. Gegen die Viecher. Und das war es tatsächlich schon mit der Folge. Kann ich das noch kaputt machen? Ich glaube nicht, oder? Nee. Hm. Okay, ich glaube, dafür hat sich der Weg gelohnt. Und weiter kommen wir hier sowieso noch nicht, weil wir noch diese Schockarmbrust brauchen. Also würde ich sagen, beenden wir hier die Folge und gehen in der nächsten Folge zurück zu dem eigentlichen Ziel. Und zwar wollen wir die Scharfschützenteile finden. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.